So da, Servus Leute. Das wird ein kurzes Video über eine Geldbörse. Ich habe mir eine neue Geldtasche geholt. Die alte hat für mich jetzt mal ausgedient. Der Hauptgrund warum ich mir eine neue Geldbörse geholt habe ist. Ich will auf das Münzgeld verzichten. Der Euro hat ja so unglaublich viele Münzen. Es sammeln sich immer wieder sehr viele Münzen an und das hat hier ein großes Münzgeldfach. Das ist bei mir immer ziemlich voll. Ich hatte bei Facebook dann mal gefragt was für coole taktische Geldbörsen es so gibt. Und einer hat gepostet, dass er auf das Münzgeld komplett verzichtet. Die Münzen die er im Alltag so rausbezahlt bekommt oder was auch immer. Die steckt einfach in die rechte Hosentasche und am Abend schmeißt er das Münzgeld in irgendeine Box rein und nach einem Jahr hat er eine schöne Summe Geld besammelt. Mit diesem Geld kauft er sich dann neue Skier. Das will ich jetzt auch so machen. Das finde ich eine klasse Idee. Ich werfe das Münzgeld jetzt auch einfach hier mal in diese Box hier rein und seit ein paar Tagen verzichte ich komplett auf Münzgeld. Es ist natürlich super angenehm. Die Geldtasche ist jetzt natürlich viel leichter geworden und flacher. Man darf sich mit den Münzen nicht mehr so rumschlagen. Diese Geldbörse von Maxpedition habe ich mir jetzt geordert. Es hat eben kein Münzgeldfach. Ja, mir gefällt eben das natürlich optisch sehr gut. Ich stehe ja mittlerweile auch so etwas taktisches Zeug. Das finde ich irgendwie cool eben. Da siehst du hier so ein Tausender DENIR. Nylon nennt sich das Material. Das hat der Maxpedition auch bei den Organisern. Das fühlt sich auch gleich an wie bei den Maxpedition Organisern eben. Super robustes Material. Ja, wie bei Maxpedition gewohnt. Ich zeige euch das mal kurz. Das hat hier zwei Fächer für das Papiergeld. Eine ist auch mit Klett gesichert. Ja, und wie ihr sehen könnt, auch die Fächer für Karten ist durch das Klettband gesichert. Hier drüben dasselbe. Das hat hier noch einfach. Und hier drüben natürlich auch noch. So, ja. Heißen tut das Teil am Expedition Spartan Wallet. Ja, ich verlinke euch, was ich noch so finde, von der Geldbörse unten in die Videobeschreibung. Also, habe ich gestern Abend erst bekommen. Ein Fazitvideo wird irgendwann mal folgen, denke ich. Ja, also ist doch angenehm, groß. Ja, die Masse, die stehen dann auch in der Videobeschreibung drin. Noch mal so kurz zum zeigen eben. Und vielleicht ist es den ein oder anderen auch eine Anregung auf das Münzgeld verzichten. Mal sehen, ob ich das noch länger so machen werde. Aber es ist natürlich schön komfortabel auf das Münzgeld zu verzichten. Ja, die Geldbörse bleibt schön leicht. Schön flach. Das Teil werde ich jetzt mal austesten. Das kommt dann ab heute in die Hosentasche rein. Ich glaube, das formt sich dann auch schön an mit der Zeit. So ist das natürlich noch rechts steif, das Ganze. Aber eben ein super robustes Teil. Ein paar haben bei Amazon eine Rezession. Da ist das, glaube ich, geschrieben. Ja, seit vier, fünf Jahren hat er das Teil. Sieht noch aus wie am ersten Tag. Ja, ich glaube, das wird ja auch der Fall sein. Es ist ja klasse verarbeitet und eben super robust, was mir eben sehr gut gefällt. Ja, das war es eigentlich schon. Hier hat es noch so ein Netzfach. Da kann man ein Ticket oder was reinmachen. Ja, hier ist das Teil echt cool. Mit einem starken Klett hier vorne. Die Freundin ist beim Kochen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oder wegen den Nebengeräuschen. So. Ja, ihr sehen könnt. Alles klasse. Stark. Vernäht. Hier vorne Netzfach. Hier auch. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr darüber zu erwähnen. Ich glaube, das Material ist auch wasserfest. Das 1000 Atenier Nylon. Ja. Klasse Teil. Gefällt mir richtig gut. Okay. Das war es schon bei dem Video. Leute, ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.